Musik Leidenschaft war diesmal das Thema des Expertentreffens unserer Lehrlingshelden in der Tanzschule Andexlinger. Ja, Leidenschaft bedeutet für mich mit Spaß bei der Sache zu sein und das gern zu machen, weil dann machen wir es auch gut. Ich verbande Leidenschaft mit Spaß. Leidenschaft, das ist eine Kraft. Arbeit ist eine Leidenschaft für mich. Also ich denke ans Motorrad fahren, weil das mache ich mit Leidenschaft. Tanzen, wir sind ja heute da zum Tanzen. Und Tanzen gehört auch zum Spaß dazu. Tango. Wald zu tanzen. Ja, ich hoffe auch natürlich, dass wir ein paar Tanzschritte machen. Ich finde es lustig, wenn man ein wenig tanzen tut. Und ja, lasst mir den Rest immer zu kommen. Ah, ich glaube es wird sehr spannend. Ja, ich will ja noch nicht so viel vorgreifen, aber wir werden uns auf jeden Fall aufs Tanzpaket stürzen. Wir werden vorher so ein bisschen intellektuell das Thema angehen. Also was bedeutet das? Wo kann man in der eigenen Sparte das ein bisschen leben und einbringen? Aber dann geht es auf jeden Fall ratzfatz aufs Paket und dann wird schon getanzt bei uns heute. Was hat dem alle meisten gedacht heute? Die Leidenschaft. Ja, Leidenschaft bedeutet immer, dass man mit Freude dabei ist und dass man was gern macht. Und auch, dass man es in der Stimme und dem Körper einmal erkennt, wie man aufgelegt ist. Und dann reißt man andere Leute mit. Also ich glaube einfach, dass das Empfinden für Leidenschaft, dass das eigentlich ein tieferes geworden ist. Und ich glaube, dass der Wunsch, sich selber leidenschaftlich auszudrücken, dass der glaube ich jetzt voll geweckt ist. Und ich glaube, dass der Wunsch, sich selber leidenschaftlich auszudrücken, dass der Wunsch,